Musik 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 Komm, stirb! Nee, nicht mich! Wenn wir aber durch die Höhlen nach einem Berg durchqueren, dann sehen wir halt nicht, was oben drauf ist. Und wenn da oben halt so was wie eine Ruine ist und ne Kiste, sehen wir es halt nicht. Das ist ein Nachteil, aber so schlimm ist der Nachteil jetzt auch nicht. Eben hier alles mitnehmen. Oh, hier ist ein Bumerang. Ah, ich hab ne Kiste. Ja, wie gesagt, gerade finde ich ne Kiste. Sag ich's und dann finde ich ne Kiste mit links drin. Äh, äh, ne Ruine mit Kisten. Oh. Tu mir doch nicht weh. Was? Na, hier ist ein... Gute da jemand reden. Ja, Mama. Muss ich jetzt runterkommen zu dir? Ja, nee. Du bist fast tot. Du bist fast tot. Da waren zu viel Fledermäuse, die ich erst voll spät gesehen hab. Ach, schon wieder muss ich... Ich träg immer die falsche Taste, Mann. Das regt man auf. Das regt man auf. Regt mal... Mann, okay. Ah, ich weiß nicht, wie ich... Was ist das? Ich setze da nicht jedes Mal ein Kattmann, dass es ne Scheiße hat. Laterne? Was? Ich hab ne Laterne. Gut. Und ich habe... Ich bin jetzt ganz unten. Ähm. Da. Zeig mal. Hast du die Rüstungen eigentlich schon aus deiner Kiste genommen? Jaja. Ne. Hä? Du hast mir die doch gegeben. Ich glaub schon. Achso. Ja, stimmt. 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 Da war ja was. Wo bist du denn? So behindert, wenn zwei Musik... Ich bin einfach rechts weitergelaufen. Ich find's cool. Dieses eine Vieh... Ähm... Pfeift immer was. Dort. Hier ist ein Grabstein. Ich glaub hier waren wir schon. Ah ne, hier war ich glaub schon. Ah, warte. Der hat irgendwas komisches droppen... gelassen. Das war das... Metamodul Komponent. Ähm. Okay. War grad ein bisschen skillig, was ich gemacht hab. Willst du erzählen was? Ähm. Ja, ich hab halt mit dem Schwert geklappt. Es war aus Versehen, aber... Ich bin zuhause wieder. Also ich bin wieder zuhause, glaub ich. Drei. Zwei. Neins. Und meine allerletzte Zahl heißt... Natürlich wie immer. Komm nur weil... Du... Ja, ich pause. Weißt du was ich jetzt mach? Was? Beam dich mal auf mein Schiff... Und dann warte... Beam dich auf dein Schiff und ich komm zu dir. Und dann... Machen wir was ganz tolles. Beam the ship. Was aber leider nur du machen kannst, glaub ich... Kann ich mich an deinen PC setzen und ein bisschen rumsteuern? Ich glaub nicht. Ähm. Doch, aber ich kann nichts sehen. Naja. Du musst erstmal den Planeten, auf dem wir gerade sind, als Heimatplaneten markieren. Na, als Heimatplanet... Wie kann ich das machen? Weiß ich nicht. Wollen wir auf mein Schiff machen? Äh nein. Scheiß, geht nicht. Oder doch. Theoretisch könnten wir das machen. Wir gehen auf mein Schiff. Wir gehen echt auf mein Schiff. Okay. Ähm, du musst dann zu deinem Teleporter links und dann einfach weiße. Ja. Ja. Ähm. Wie hieß... Anderen Planeten, der... Das ist nicht so geil. Hier vielleicht. Ja, hierhin. Ja, können ganz cool sein. Und da gehen wir mal hin. So. Das ist nicht so geil. Erstmal die Tür wieder reinbacken. Jaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh. Nein, du kriegst mich nicht. Nein, mein Boomerang. Lol. Aber wir sind wieder da gleich, ne? Ja, ja. Ich hab mich mal in ein großes System rein teleportieren lassen. Beamten down. So. Also es ist zwar ein kleiner Planet, aber ein großes System. Hier ist es Nacht. Es scheint so, als wäre hier... So ein bisschen was zu holen. Damage. Oh, ich will mal meine Lebenserzeige. Wie im Hintergrund jetzt diese Riesenbäume sind und ich die immer abbauen will. Pass auf, sie schießt, ne? Ja, das hab ich natürlich gesehen. Okay, wenn du's gesehen hast, weil du der Pro bist, dann ist ja alles in bester Ordnung. 99 Bandagen. 99 Bandagen. 99. Ups. Mein Lebenserzeige ist immer wieder super. Aber... Vielleicht ist hier ein NPC-Dorf? Putsch. Wai. Ähm. War ja nicht grad irgendwie Viech? Schlägst du grad in die Luft? Ja. Hier gibt's Pilze raus, aus den Pilzen, ne? Echt? Ja, und die kann man, glaub ich, kochen und dann essen. Gut, zu wissen. Bis jetzt haben wir aber noch gar keine Hungerprobleme, hab ich das Gefühl. Meine Pilze. Kann das sein, dass es nur ein Normal-Modus ist. Was ist das? Okay. Das ist ein böses Ding. Das ist irgendwie ein Pilz. Wir sind hier in einem Pilzdorf. Wir sind in einem Pilzhaus. Und wo ein Haus ist, könnte auch ein zweiter sein. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Pilzplaneten. Warte, ich baue hier was hin, dass wir da hin können. Sehr gut. Gut. Warte, geh nochmal zu mir. Okay, reicht noch nicht. Wow. So. Ja, kannst du direkt weiterbauen. Nein. Warte, warte, so. Da kommen wir selber nicht hoch, so. Da muss ich dann nochmal sowas machen. Komm, zu mir. Komm, zu mir hoch. Tschu. Und nochmal bauen. Da war es alle. User in eurem Kanal. Alles klar. Der ist so glackig weg. Da stelle ich mir gerade die Frage. Wieso? 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 Glaubt ihr, der kommt noch wieder? Boah. Das hat voll weh. Ich bin mal gespannt, wann ihr das bemerkt. Gleich kommt so die Frage. Warte. Bam. Bam. Zack. Und zack. Headshot. Hey, hier ist ein Dorf. Nice. Warte, das können wir doch ohne Po ausnehmen. Zack. Das Bett, das brauche ich mal ab. Wer weiß, ob wir das gebrauchen. Zack. Ups, zack. Nein. Fick dich. Ups. Nein. Wollte ich gar nicht. Nur Pixel. Copper oder so. Sonst nix. Warte. Diese Musik, die kenne ich von SimCity. Wie geil ist das denn? Mh, 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 mh. Du, 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 du. Kommst du wieder in den TS. Sonst nix. SimCity. Seh.